Padahasta Paschimottanasana ist die Grundstellung der Vorwärtsbeuge, die Vorwärtsbeuge mit Händen an den Füßen. Du streckst die Beine aus, hebst die Arme beim Einatmen hoch und beim Ausatmen beugst du dich nach vorne und fasst mit den Händen um die Füße. Das ist die Grundstellung der Vorwärtsbeuge. Mehr dazu findest du dann im Stichwort Paschimottanasana oder Vorwärtsbeuge in der Yoga Vidya App sowie auf yoga-vidya.de. Und wenn dir gefällt, wie Kendra gerade diese fortgeschrittene Variation übt, dann klicke doch schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir.